Moin Super Mario Bros, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Level Guide in Diablo 4 und zwar egal ob ihr einen zweiten Charakter erstellt, ob es euer erster Charakter ist oder ihr die Season spielen wollt ich zeige euch wie man nach den ganzen Updates am schnellsten leveln sollte und nicht nur dass ihr ganz schnell von Level 1 auf Level 100 kommt sondern auch in welcher Reihenfolge ihr die Sachen machen solltet damit es am meisten Sinn ergibt und damit ihr eben am spaßigsten und auch am schnellsten durchs Spiel kommt und eben nicht irgendwie Sachen doppelt machen müsst was mir nämlich auch passiert ist und das ist sehr sehr ärgerlich, ich bin jetzt schon Level 100 aber so, ich zeige euch was ihr zu tun habt also angenommen das ist euer erster Playthrough, ihr spielt gerade zum ersten Mal durch empfehle ich euch erstmal nur die Story zu spielen und so ein bisschen Sachen zu machen die auf dem Weg liegen also wenn ihr auf dem Weg einen Stronghold befreien könnt oder Lilis Statuen seht oder sowas dann könnt ihr das auf dem Weg auch machen ich empfehle euch aber so schnell wie möglich eigentlich die Story durchzuspielen ich würde euch auch empfehlen auf Weltstufe 2 zu spielen ich weiß es gibt Empfehlungen die sagen ja Weltstufe 1 reicht ich habe aber das ganze Game auf Weltstufe 2 durchgespielt und das Spiel wird irgendwann, also es wird so einfach, dass man so schnell durch das Game durchkommt dass man eigentlich gar keine Probleme hat und es eigentlich kackegal ist also da bekommt man dann ja auch mehr Erfahrungspunkte euer Ziel sollte sein, möglichst schnell auf Weltstufe 3 zu kommen ja, also dass ihr Weltstufe 3 spielen könnt ich empfehle euch dafür auch Level 50 zu werden wie kommt man jetzt am schnellsten auf Level 50? ich empfehle euch da erstmal die Story komplett durchzuspielen damit ihr das Pferd bekommt und alles zu machen was auf dem Weg liegt danach fangt ihr an, in jedem Gebiet ich habe jetzt zum Beispiel die zersplitternden Gipfel mir herausgesucht danach fangt ihr an, in jedem Gebiet alle Sachen zu machen damit ihr hier diese Belohnungen bekommt wenn ich jetzt hier W drücke, dann seht ihr ja für jedes Gebiet hier Trockensteppe, Havesar, Kejistan, Skosklen da bekommt ihr diese Punkte, die kennt ihr ja auch alle und ihr wollt eben bis hin zum Maximum kommen und ihr wollt euch ja auch für die Seasons ein bisschen vorbereiten dafür solltet ihr alle Altäre von Lilith sammeln die kann man sich online auf einer Webseite zum Beispiel Mapgenie oder sowas kann man sich die anzeigen lassen ich mache euch mal einen Link dazu in der Videobeschreibung dann solltet ihr die alle suchen weil die geben euch Statuseffekte für all eure Charaktere übergreifend, egal welchen ihr spielt und wann ihr einen neuen Charakter erstellt der hat dann direkt schon den Bonus von allen Altären also die geben euch dann 2 Geschick, keine Ahnung 2 mehr Stärke oder was auch immer dann solltet ihr das komplette Gebiet aufdecken also die ganze Map aufdecken weil das bleibt auch übernommen für die Season zum Beispiel und ihr solltet, wenn ihr das gemacht habt so viele Nebenquests machen, wie ihr könnt bis ihr dann die Belohnung ja hier bekommen habt also Nebenquests sind dann hier die Blauen auf der Seite das sind dann hier die Blauen, die angezeigt werden und die Goldenen sind ja die Hauptquests dann macht ihr das so lange bis ihr alle Gebiete gemacht habt oder Level 50 seid ungefähr ja solltet ihr die Hauptstory durch haben dann könnt ihr in Kyowashat da gibt es hier einen Dungeon und wenn ihr den macht dann könnt ihr da rein also dann könnt ihr quasi Weltstufe 3 freischalten und das solltet ihr so schnell wie möglich machen denn ab Weltstufe 3 bekommt ihr bessere Items und die braucht ihr um stärker zu werden um euch dann für Weltstufe 4 bereit zu machen ja also probiert immer mal wieder diesen Dungeon ab Level 50 oder ja das könnt ihr dann halt probieren wenn ihr diesen Dungeon geschafft habt aber noch nicht alles freigeschaltet habt auf der Karte ist es egal geht hin und macht den Dungeon und schaltet auf Weltstufe 3 wenn ihr auf Weltstufe 3 seid dann empfehle ich euch trotzdem noch alle Altäre von Lilis zu sammeln in der Zeit und eben alle Nebenquests zu machen damit ihr das hier voll habt dass ihr das dann eben auf Weltstufe 3 weitermacht bis ihr fertig seid und wenn ihr dann damit fertig seid solltet ihr eigentlich auch gutes Equip haben und schon ein paar Level mehr haben solltet ihr alle Belohnungen gesammelt haben und ihr sagt ihr habt keinen Bock mehr auf Nebenquests und ihr habt alle Altäre gesammelt und die Belohnungen alle fertig dann gibt es eigentlich Sachen zu tun und zwar einmal diese Legion Events wenn die auftauchen das sind diese Events wo immer ganz viele Monster spawnen und am Ende ein Boss erscheint und der dann drei Truhen spawnt oder Weltbosse also wenn ihr diese Events auf der Karte seht geht da immer hin und macht die weil die geben viel EP solltet ihr alles durch haben und ihr könnt immer noch nicht auf Weltstufe 3 spielen dann macht ihr diese Aufgaben hier von dem Baum von dem flüsternden Baum den kriegt ihr ja als Quest wenn ihr das durchprobiert habt das heißt wenn ihr nur auf Weltstufe 2 spielen könnt macht ihr diese Quests dann macht ihr hier einfach diese Dungeons am besten immer die Dungeons machen alles was so dunkelrot ist also am besten diese Dungeons dann hier den Dungeon dann hier zum Beispiel ja hier gibt es PvP da hatten wir noch ein Dungeon und so weiter also das würde ich euch empfehlen immer diese dunkelroten zu machen am besten halt die Dungeons weil die geben am meisten Erfahrung genau und dann solltet ihr auch wirklich auf Weltstufe 3 sein wenn ihr auf Weltstufe 3 seid dann macht ihr diese diese Hellheits die Höllenflutevents immer wenn sie ab sind könnt ihr die machen da bekommt ihr sehr viele Legendaries und da wurde auch die Erfahrung gebufft mittlerweile das macht ihr dann und wenn das nicht ab ist macht ihr entweder ein Event also diese Legion Events oder einen Weltboss die sind ja auch nicht immer ab und wenn die auch nicht ab sind dann macht ihr Albtraum Dungeons dann einfach die ganze Zeit Albtraum Dungeons machen und die Albtraum Dungeons immer so wählen dass die Monster die in diesen Dungeons drin sind 3 Level über eurem sind ja also wenn ihr jetzt Level 60 seid zum Beispiel dann sollten die Monster Level 63 haben weil wenn sie 3 Level über euch sind bekommt ihr am meisten Erfahrungspunkte wenn sie 5 Level über euch sind bekommt ihr genauso viel als wären sie nur 3 Level über euch das müsst ihr wissen also das bringt euch nichts die Monster werden zwar stärker und ihr braucht länger um sie zu töten aber sie geben nicht mehr Erfahrungspunkte also nochmal kurz zusammengefasst wenn ihr auf Weltstufe 3 seid macht Helltides Events und Worldbosse wenn sie ab sind das immer machen und wenn nichts davon da ist einfach Albtraum Dungeons die Albtraum Dungeons bekommt ihr wie ihr wisst die ersten Siegel bekommt ihr hier von dem flüsternden Baum also wenn ihr diese Sachen erfüllt dann bekommt ihr die und dann droppen auch immer welche in einem Albtraum Dungeon drin und wenn ihr einen Albtraum Dungeon Level 3 oder 4 besiegt habt dann könnt ihr beim Inkyovashat beim Okkultist das ist auf der Map dieses Dreieckssymbol mit den Kreisen dann könnt ihr bei dem neue herstellen ja dann könnt ihr euch immer die so herstellen dass sie genau in eurem Levelbereich liegen dass sie immer 3 Level über euch sind so das war aber noch nicht alles das macht ihr jetzt bis ihr quasi den nächsten Dungeon besiegen könnt der ist glaube ich ah den sehe ich jetzt nicht aber der ist irgendwo hier oder ich glaube hier ich glaube hier ist der da ist dieser Dungeon das ihr auf Weltstufe 4 stellen könnt ich konnte Weltstufe 4 ab Level 60 spielen und hab das dann gemacht ja und dann stellt ihr auf Weltstufe 4 und dann spielt ihr ab Level 60 oder 65 oder 70 je nachdem was ihr dann geworden seid bis ihr den Dungeon geschafft habt ab da macht ihr eigentlich genauso weiter und macht eure ja die Helltheits wenn ihr es schafft ansonsten immer Weltraum äh Weltraum lol äh ansonsten immer Albtraum Dungeons weiter und ihr levelt bei den Albtraum Dungeons alle eure Glyphen hoch die ihr braucht auf Level 21 das ist das Max Level also ihr levelt die ganze Zeit Albtraum Dungeons bis die Glyphen auf Level 21 sind und jetzt kommt's wenn ihr ähm ungefähr Level 90 oder 90 bis 95 seid empfehle ich euch egal welchen Charakter ihr spielt egal welchen Bild ihr spielt euren Bild umzustellen auf einen Bild der für Lilith ausgelegt ist für Uber Lilith die kann man ja hier töten das ist quasi der letzte Boss im Game ich hab das quasi erst gemacht als ich level 100 war weil ich dachte okay ich bin so stark ich bin level 100 ähm ich hab gar kein Problem ganz auch hohe Dungeons zu farmen äh ich werde die schon schaffen die ist aber so krank stark dass ich selbst mit einem äh Single Target Build den ich mir gebaut habe sehr viele Probleme hab also ich hab sie bisher noch nicht besiegen können ich kam auch noch nicht in Phase 2 und jetzt fang ich quasi an und muss mir noch äh weitere Glüphen hochleveln die ich quasi auch erst so auf Level äh 15 habe ja die muss ich jetzt noch auf Level 21 hochleveln und äh ich brauche bestimmte Items die mir die mir noch fehlen ähm wie zum Beispiel ich brauche ein neues Amulett mein Amulett ist für Präzisionsfähigkeiten das ist halt von meinem alten Bild und jetzt bin ich drauf und dran mir neues Gear zu farmen was mir aber gar nichts bringt weil ich ja eh schon Level 100 bin das heißt die meisten Gegner lohnen sich für mich gar nicht noch zu töten ähm ich töte nur noch Elite Gegner und halt die Mobs die die ich töten muss um einen Albtraum Dungeon zu äh clearen ähm also die Bosse und so weiter oder irgendwie diese Animus Typen ja und das ist halt sehr sehr ärgerlich weil ich halt jetzt die ganze Zeit farme äh ohne dass ich was davon habe das hätte ich halt schon 10 Level früher machen können das ist der heißeste Tipp den ich euch mitgeben kann der zweitheisteste Tipp den ich euch mitgeben kann ist lasst euch einfach von einem Freund ziehen also wenn ihr einen Freund habt der schon ein hohes Level hat äh dann kann der euch auch einfach bis auf ähm Level 50 ganz schnell ziehen das dauert ungefähr sag ich mal eine Stunde bis also ein Dreiviertel bis Stunde ähm das geht eigentlich ganz schnell und dann kann der euch auch auf Weltstufe 4 relativ schnell ziehen einfach durch die Dungeons durch und dann könnt ihr ab da äh anfangen die ganze Zeit einfach Albtraum Dungeons zu machen genau so ist das ganze Ding falls ihr nicht wisst wie man die Helltides äh sehr effektiv farmt blende ich euch hier mal ein Video ein wo ihr das seht und wenn ihr wissen wollt welchen Rogue Build ich gespielt habe bis ich so schnell auf Level 100 gekommen bin blende ich euch das auch nochmal ein äh da könnt ihr mal draufklicken und dann sehen wir uns im nächsten Diablo Guide äh Video ähm und bis dahin haut rein und stay pam ciao Ciao